Die Software wird im Moment eingesetzt im Bereich Kfz-Zulassung, im Bereich Finanzwesen, Personalwesen und der allgemeinen Schriftgutverwaltung. Aber der Hauptaugenmerk liegt im Moment auf Kfz- und Finanzbereich. Wir hatten das Problem wie viele Verwaltungen, dass wir volle Archivräume hatten, viele Außenstellen haben, an denen der Transport der Akten geregelt werden musste. Und wir haben durch Optimal Systems den Transport der Akten erledigen können. Wir haben jetzt ein elektronisches Archiv in der Kfz-Zulassung, zum Beispiel im Finanzbereich, so dass wir dort vollelektronisch jederzeit auf alle Akten zugreifen können. Also konkret an der Kfz-Zulassungsstelle, bei der wir ca. 10 Niederlassungen haben, 10 Zweigstellen, ist der komplette Transport der Akten weggefallen, das komplette Aufbewahren der Akten, abends das Einheften in die einzelnen Tüten entfallen, so dass wir dadurch auch sehr viel Arbeitszeit eingespart haben bei den Kollegen und jeder Mitarbeiter an jeder Zweigstelle jetzt auf diese Unterlagen zugreifen kann. Zu Anfang war natürlich sehr große Skepsis da, weil anderes Medium und Wegfall der gewohnten Papierakten. Aber jetzt mittlerweile haben sie die Vorteile erkannt, dass sie jederzeit von überall auf die Akten zugreifen können, kein Papier mehr abheften müssen und dadurch auch schneller fertig sind am Tagesende. Und wir wollen jetzt im Sommer den Anordnungsworkflow einführen, so dass wir die zentral die Rechnungen, die das Haus erreichen, einscannen und automatisch papierlos verbuchen im Finanzwesen. Also wir würden sie auf jeden Fall sehr, sehr dringend empfehlen. Sie ist sehr flexibel. Man kann sehr viele Bereiche damit abdecken und sie ist für die Mitarbeiter sehr einfach zu beherrschen.